Wir vergleichen einmal die Feier-Event China Bollardé 1960er gegen den Funke China Bollardé und den Big Booster 2 aus der aktuellen Charge. Wir fangen an mit dem Big Booster 2. Das sind von jedem zwei Stück. Die Verarbeitung natürlich für den Eimer. Die sind nicht so doll, ne? Ziemlich lasch. Den zweiten in der Ehe. Ja, schon deftiger. Jetzt die Feier-Event China Bollardé. Die Verarbeitung ist schon besser. Vorne hinten gestopft. Graue Lunde. Wollen wir den mal in die Quetschnie anfangen. Der war schon besser. Geschnipselt auch. War besser auf jeden Fall jetzt der Big Booster 2. Der hat gut geballert. Und jetzt der Funke China Bollardé. Das sind aber auch die Gewürze. Alter Schwede. Ja. Super Verarbeitung. Die müssen richtig rumziehen. Das sind Böller, die man einfach... Also... Ja. Das war auf jeden Fall der Funke. Der hat auf jeden Fall gewonnen. Ja. Das ist wie wahrscheinlich. Da. ARD Text im Auftrag von Funk